Für alle den Stress rauszunehmen. Einfach zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal, was kommt und was passt. Und jeder ist so individuell, jedes Kind ist so individuell. Wie es gut lernen kann oder nicht gut lernen kann, ob meine Tochter da jetzt noch irgendwie ein Video nebendran laufen hat beim Lernen oder so, für sie muss das passen und nicht für mich. Und das ist auch dieses auf die Kinder gucken und aufs Bauchgefühl und denen den Raum lassen. Und dann läuft das irgendwie schon. Ja, Hallihallo beim Potenzial-Frei-Podcast. Und Mio Lindner macht einen Podcast mit... Katrin Gilbert. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Wir haben uns ja schon ganz nett unterhalten. Ich bin auch ganz gespannt jetzt gleich über die Geschichte, die du erzählen wirst. Doch zuallererst würde mich interessieren, welchen Tipp würdest du anderen Eltern mitgeben? Mein erster Tipp ist immer ganz individuell auf das Kind gucken und darauf gucken, wie es sich fühlt, wo es überhaupt drüber reden will oder nicht reden will. Und natürlich immer so im Hinterkopf haben, okay, also das Bauchgefühl stimmt ja meistens von einem selber, wenn man sagt, irgendwas passt da jetzt nicht. Aber da auch nicht zu viel Druck machen, sondern ganz viel laufen lassen, ausprobieren, ist eigentlich eher spielerisch sehen. Und wenn es denn passt, genug Leute ins Boot holen, die man dazu braucht. Das ist ein total schöner Tipp. Und so schwer. Wie ist es denn bei euch losgegangen? Wann ist denn aufgefallen, dass dann bei deinem Töchterchen das etwas anders läuft als bei anderen Kindern? Aufgefallen ist es im Laufe der ersten Klasse, als sie dann, also sie ist auf eine Schule gegangen, wo man ziemlich viel Freiarbeit machen durfte. Und sie hatte dann zwischen den Sommerferien und den Herbstferien schon ihr Matheheft durch. Und Deutsch war jetzt nicht so weit. Ja, und Mathe stockte dann auch. Und dann kam irgendwann durch, okay, Mathe stockt deswegen, weil dann die Textaufgaben kamen. Und die konnte sie wohl für sich nicht mehr lesen. Oder zumindest haben wir überlegt, woran kann es liegen? Und so kamen wir langsam darauf, was es sein kann. Aber da war aber auch noch nicht klar, wie weit das ist. Also zuerst haben wir einfach nur gedacht, sie hat keine Lust auf Deutsch. Und ja, das war so ein langsam ranführen. Weil das auch so ein bisschen mit, wir haben vorher vier Jahre im Ausland gewohnt. Das heißt, sie ist eigentlich mit Englisch aufgewachsen. Und wir haben zu Hause Deutsch gesprochen. Und sie hat sich erst mal schwer getan. Sie war vier, als sie wieder zurückkam. Also gute oder viereinhalb, als sie wieder zurückkam. Und da hat sie erst so richtig mit Deutsch losgelegt. Oder viel mehr mit dem Wortschatz. Und deswegen habe ich immer so gedacht, vielleicht liegt es einfach immer noch so ein bisschen vielleicht auch an der Sprache oder sowas. Also wir haben uns da langsam herangetastet. Und dann war es, glaube ich, ich glaube eigentlich erst Anfang der dritten Klasse, dass wir gesagt haben, jetzt gucken wir aber mal ein bisschen genauer hin. Weil sie ist gut mitgekommen, so ist es nicht, ja. Und ich werfe mal kurz ein, Mehrsprachigkeit ist kein Grund dafür, nur für die, die es noch nicht gehört haben, dass man irgendwie das Schwere hat, das Lesen und Schreiben zu lernen in der einen Sprache. Wer hat euch denn weiter den Weg geebnet oder seid ihr losgelaufen oder kam ein Hinweis aus der Schule? Also ich war ziemlich eng im Austausch mit den Lehrern. Also kleine Klassen, super engagierte Lehrer, Grundschule mit besonderem pädagogischem Profil. Also da passte alles zusammen. Da konnte man über alles reden. Und so haben wir dann gesagt, vielleicht gucken wir da doch mal ein bisschen mehr hin. Und dass es dann hieß, ich gehe mal mit ihr, klassischer Weg, also dann über die, obwohl das immer erst so krass klingt, ja, ich muss jetzt zum Kinder- und Jugendpsychologen, um jetzt da mal zu gucken, liegt da eigentlich noch mehr vor, als dass sie vielleicht keine Lust dazu hat. Und dann wurde die Diagnose gestellt, Lese-Rechtschreib-Störung? Genau, dann wurde die Diagnose gestellt, Lese-Rechtschreib-Störung, also auch im Bereich Lesen und auch im Bereich Schreiben. Und das ging dann aber ziemlich schnell. Und wir haben extrem viel Glück gehabt mit unserer Lerntherapeutin, die auch schon ganz viel Erfahrung hatte, die mit allen möglichen Sachen gearbeitet hat, auch mit Bewegungsspielen und alles. Also die hat über alles nochmal geguckt, über irgendwelche Reflexe, die womöglich damals nicht ausgelöst worden sind. Und das passte menschlich unglaublich gut. Wann ist es denn dann losgegangen mit der Lerntherapie, wenn ihr losgelaufen seid mit der Testung und dann, also Anfang dritter Klasse, war es dann Halbjahr dritter? Ich glaube ungefähr Halbjahr dritter. Ich habe das echt überlegt vor dem Podcast. Wann ist denn das eigentlich gewesen? Ich habe es nicht mehr, ich habe aber auch nicht nachgeguckt jetzt mehr in den Ordnern, wann die Diagnose eigentlich gestellt war. Aber so im Verlauf, also ich würde mal so sagen, ja, spätestens Halbjahr muss eigentlich sogar ein bisschen eher gewesen sein. Ich schätze sogar noch im ersten Halbjahr dritte Klasse. Das ist ja schön schnell gegangen dann. Und wann waren so die ersten Erfolge für euch zu sehen? Und was waren die ersten Erfolge, die ihr wahrgenommen habt? Einfach vielleicht erst mal so ein bisschen für sich Struktur zu finden oder auch überhaupt auch für meine Tochter zu merken. Da bin ich ja nicht alleine damit und sie ist da auch super gerne hingegangen zur Lerntherapie. Also auch das fand ich sehr wichtig, dass es ihr Spaß macht, dahin zu gehen, dass das nicht irgendwie was ist von wegen, Gott, ich gehe zur Therapie. Also wir haben auch nie gesagt, du gehst zur Therapie, sondern sie ging halt zu Uli. Ja, also ja, weil das ist, glaube ich, wichtig für ein Kind, wenn man dann irgendwie sagen muss, nee, an dem Tag habe ich, Therapie klingt immer schon so schlimm. Ja, und so hat sie dann diese, so die üblichen Regeln. Also dann hat sie ihre Kärtchen, sie hat Hausaufgaben gehabt und so haben wir uns langsam ein bisschen daran getastet. Weißt du noch ungefähr, wann ihr beide gemerkt habt oder ihr als Familie gemerkt habt, dass sie im Unterricht Anschluss findet? Also dadurch, dass es in der Grundschule eh so anders lief, also mit dem freien Lernen und hat sie eigentlich nie den Anschluss verloren. Also weil das viel mit Gruppenarbeit war, ich hatte das vorhin eingangs erzählt, also es war eine Grundschule mit einem pädagogischen Profil, erste bis vierte Klasse zusammen und sehr viel Unterstützung sowieso untereinander und sie hat da nie den Anschluss verloren. Sie war immer super beliebt in der Klasse. Also ja, das war ja auch wirklich nur dieses LRS-Thema dann. In allem anderen ist sie allen ganz weit voraus gewesen. Also so schön, wie du sagst, das war ja nur das Thema, ja richtig, es ist auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil und macht ja nicht den Großteil aus. Und schade ist das bei vielen, dass so groß wird das Thema, dass fast nur noch darüber definiert wird und auch nur über die eine Schwäche definiert wird, welches Potenzial da ist oder was das Kind überhaupt an Fähigkeiten hat. Hinzu kommt vielleicht sowieso, dass in der Schule so viel mit Inklusion gearbeitet wurde. Also kein Kind war dadurch, also es war ja auch nicht so, dass irgendwie jetzt, das gibt's ja an manchen Schulen, dass dann Kinder rausgeholt werden, weil die jetzt noch zum Förderunterricht gehen oder so. Das gab es da nie. Das waren alles eine Gruppe, immer eine Gruppe. Auch die, die eine Schulbegleitung hatten, die waren immer alle zusammen in der Klasse. Und die Schulbegleitung war eher für die ganze Klasse mit da und hat mit unterstützt. Also ja, da hat man sich, das war nicht so, dass man jetzt dadurch, dass man in einem Bereich nicht ganz so toll war, aber da hatte man keine Sonderstellung. Das war ja irgendwie in Anführungsstrichen normal. Also für das ganze Umfeld war das super für sie. Also sie hat das nie als, bis zur Grundschule, dann kommt ja später, ne, Wechsel, nie als irgendwas, da war sie nie besonders. Das ist total schön. Ja. Du hast sie jetzt schon angesprochen, wie war denn dann der Wechsel? Also sie hat wirklich eine Gymnasialempfehlung bekommen, ja, und wir haben dann auch schon gedacht, okay, müssen wir dann gucken, wie das läuft. Und das war krass, von so einer Schule, wo alles so frei war, auf so einem Gymnasium, wo alles so mega geordnet ist. Und auch da ins Gespräch zu kommen mit den Lehrern, das kam ja erst irgendwann etwas später auch, dass ich gesagt habe, hier ein Nachteilsausgleich und, ne, also Legasthenie, das ist diagnostiziert. Und ich musste mich da selber erst reinfinden, weil der auch für mich das neu war, nicht nur für meine Tochter, sondern auch für mich, dass ich da mit Lehrern vielleicht doch mehr drüber reden muss, weil denen das gar nicht so bewusst war. Also ich hatte jetzt ja so, so vier Jahre war das alles easy peasy und für alle ganz normal oder, nein, es war ja nicht so lange, aber die, ja, dann kam so ein Gymnasium und da muss man erst mal sensibilisieren, auch die Leute, also auch für mich als Elternteil noch mal anders auch mit den Lehrern umgehen, weil für die das nicht selbstverständlich war und die dann gesagt haben, ja, und dann müsste sie ja jetzt in diesen Förderunterricht, bis ich dann geklärt habe, nee, sie kriegt ja Lerntherapie, dann braucht sie auch nicht in den Förderunterricht und der Förderunterricht bestand eh daraus, dass irgendein Schüler aus der, keine Ahnung welcher Klasse, der als Strafarbeit sozusagen den Förderunterricht machen musste, weil er irgendwo, ja, da haben die ja auch schon keinen Bock da drauf. Also, wo sie auch gesagt hat, sie ist da, glaube ich, einmal hingegangen, hat sie gesagt, ich weiß nicht, was ich da soll. Und hat sie sonst den Wechsel gut verkraftet, auch mit der unterschiedlichen Herangehensweise? Ja, das ging eigentlich ganz gut. Auch da war es, also sie hat sich das Gymnasium ausgesucht. Das Wichtigste für sie war, dass sie mit ihrer besten Freundin zusammen in eine Klasse kommt und die beiden haben sich auch das gleiche Gymnasium zum Glück an erster Stelle gewählt und ja, auch deswegen war das dann leichter für sie, weil das Umfeld für sie passte und die beiden sich schon so lange kannten. Ich habe da irgendwann mit ihr darüber geredet, weil ich auch gesagt habe, du weißt du, damals war meine Eltern, meine Eltern haben für mich das Gymnasium ausgesucht. Ich weiß nicht, wie das inzwischen bei anderen Eltern ist. Also, ich habe bei meinen beiden Kindern gesagt, ihr müsst da ja hingehen, nicht ich. Ja, auch wenn ich da gesagt habe, du musst aber dafür weiterfahren und, ne, aber mir ist immer wichtig, dass die happy sind, da wo sie sind. Nicht, dass ich happy bin, weil sie da sind. Ja, das ist ein total schöner Ansatz, einfach gleich mit den Kindern und Jugendlichen, damit sie eben mit in der Entscheidung mit drin sind und wissen, dass sie, dass nicht über sie etwas für sie entschieden wird, sondern dass sie einfach mit teilhaben daran und sich dann auch mehr damit auseinandersetzen. Was heißt das eigentlich jetzt? Ja, denn das ist schon ein anspruchsvolles Gymnasium, was sie sich damit ausgesucht hat, ja, und dass man dann auch sagen kann, wolltest auch dahin und, aber sie hat das, nee, das ging so ganz gut, ja. Und hat das, warst du erfolgreich mit dem Sensibilisieren? Fünfte, sechste Jahr, eine ganz tolle Deutschlehrerin, noch sehr jung, sehr engagiert und dann immer so jedes Mal, wenn dann irgendwie so ein Klassen, also so ein Klassenlehrerwechsel auch kam, ja, es ist ja so der erste Ansatzpunkt, ist ja immer erstmal Klassenlehrer und das war sehr unterschiedlich, auch dieses, dass ich gesagt habe und ich bitte sie, dass sie das auch weitertragen an die Fachlehrer, das hat mal besser und mal schlechter geklappt, ja, und natürlich ist das so super deprimierend, ist ja für alle Kinder da und du kriegst eine Arbeit wieder und du hast das fachlich super hingekriegt, aber du kriegst was wieder und es ist alles rot, ja, und manche schreiben dann extra noch darunter, also die Rechtschreibung war jetzt wirklich nicht gut, wo ich denke, hallo, muss das jetzt sein, ja, sie hat einen Nachteilsausgleich, deshalb weiß sie, ja, das sind so diese Kleinigkeiten, wo ich so oft und immer noch denke, haben die, wie ist, wie ist die Sicht der Lehrer da drauf, dass die viel mehr darüber informiert werden müssten, was bedeutet eigentlich Legasthenie und einige von ihren Deutschlehrern, die dann auch in so einem Elternsprechtag, die dann zu mir sagen, ja, also wenn sie denn mal doch ein bisschen mehr üben würde, vielleicht können sie nicht sehr, dann, sie ist ja sonst sehr intelligent, ja, wo ich immer denke, oh, muss ich das jetzt wirklich erklären nochmal, was Legasthenie ist und dass man den Fehler oder dass man einmal oder zehnmal ein Wort richtig schreiben kann und beim elften Mal ist der Fehler wieder drin oder andersrum und das hat sich schon alles viel verbessert, es gibt ja auch ganz viel diese üblichen Wörter, die sie dann alle richtig schreiben, manchmal auch mega Fremdwörter, ja, die auf Anhieb immer sitzen, aber dass viele nicht verstehen, dass auch wenn ich zehn Minuten länger schreibe, dass ich deswegen nicht in den zehn Minuten das wettmachen kann, was ich vorher falsch geschrieben habe. Das finde ich ein bisschen, ich weiß nicht, ob deprimierend jetzt das richtige Wort dafür ist, aber ich denke, ich wünsche mir da mehr Empathie von den Lehrkräften. Ja, erlebe ich ja auch, dass ganz viel Wissen noch fehlt und ich auch teilweise erstaunt bin, also wie viel Wissen fehlt und auf welcher Stufe wir Lehrkräfte abholen und erklären, was bedeutet das. Also auch, mir fällt jetzt gerade ein Beispiel ein, ein Kind, was ja eine sehr ausgeprägte LRS hat und aber eigentlich sehr gut ist in Erdkunde und sollte dort ganz viele Sachen aufschreiben und hat dann eine schlechte Note bekommen, weil die Sachen kaum zu lesen waren und als Hausaufgabe aufbekommen hat, die ganzen Bundesländer nochmal fünfmal aufzuschreiben, damit es dann lernt, diese aufzuschreiben. Und da ist es halt wichtig, man muss die Fachlehrkräfte mit reinnehmen, damit sie auch verstehen, was heißt das. Und da wurde aber dann auch nicht mündlich abgefragt. Und das wäre ja so einfach, also weil es war alles gelernt und es war auch alles im Kopf, aber eben das mit dem Aufschreiben hat nicht so geklappt, obwohl man erkannt hat, welches Bundesland gemeint war und es war alles richtig. Dann gab es weniger Punkte wegen der vielen Rechtschreibfehler da drin. Also das ist auch dieses, was ja jetzt, inzwischen ist sie in der zwölften Klasse und ist auch sehr interessant, dass sie sich eigentlich jetzt zum Ende hin immer mehr steigert. Jetzt, ich habe ja auch mal gesagt, okay, es interessiert keinen vorher, was du für Noten schreibst. Jetzt weiß sie, dass es sehr richtig wichtig ist, weil jeder Punkt zählt fürs Abi, dass die Lehrer sich so unsicher sind, was darf ich oder was darf ich nicht, anstatt einfach zu sagen, Mensch, ich weiß, dieses Kind hat LRS, die prüfe ich doch mehr mündlich. Ist doch gar nicht so wichtig, wie sie das jetzt aufschreibt. Oder in dem, also manchmal, das erzählt sie mir ja jetzt, jetzt, wo es wirklich darauf ankommt, dass sie sagt, ja, und dann gibt die Lehrerin mir die Arbeit zurück und dann sind es diese Fächer, die, also nichts mit Leistungskurs, diese Nebenfächern, sagt sie, und dann komme ich in Erdkunde, auch die Erdkunde, kriege ich die Arbeit zurück und die Lehrerin sagt noch zu mir, ja, es tut mir total leid, dass ich dir zwei Punkte abziehen musste. Und dann sagt sie selber schon, das müssen sie ja nicht, dass die, denn das müssen sie wirklich nicht. Okay, Niedersachsen ist jetzt auch nochmal sehr speziell mit diesen, es gibt eigentlich gar keinen Erlass und vielleicht sind die Lehrer da selber irritiert. Das ist ja auch wieder in jedem Bundesland unterschiedlich und da darf man sich auch gerne schlau machen oder auch in Anspruch nehmen, die, den Bundesverband für Ligasthenie oder wen auch immer, die sagen auch immer, jeder kann da anrufen. Man muss also auch nicht Mitglied sein, sondern die geben jedem Auskunft und da fehlt es auch für die Lehrer, dass die wissen, wo kann ich denn dem Kind sowieso entgegenkommen. Es ist ganz viel Unsicherheit und bei einigen Sachen auch, weil die Formulierungen auch nicht ganz haarscharf sind, sodass sie einfach zu verstehen sind und dann dadurch entsteht viel Unsicherheit auch bei den Lehrkräften. Aber da auch, man könnte, also auch als Lehrkraft darf man anrufen beim BVL und sich erkundigen, nicht nur als Elternteil, um einfach zu gucken und selber eine Sicherheit zu bekommen und zu wissen, okay, ich bewege mich da in dem richtigen Rahmen und das liegt in meiner Hand und ich kann das machen. Ist das sowieso ein Tipp, wäre das ein Tipp von dir, dass Eltern sich an den BVL wenden oder gibt es irgendwas anderes, wo du sagen würdest, das würdest du noch Eltern raten? Natürlich kann man sich auch an den BVL wenden, aber das habe ich jetzt erst wirklich, wo es jetzt zum Abitur hinging, also ich habe immer versucht mit den, einfach mit den Lehrern im Austausch zu bleiben und auch zu erzählen und auch denen mal rückzuspiegeln, dass ich gesagt habe, jetzt stellen Sie sich doch mal vor, manche denken da nicht dran, ja, also stellen Sie sich doch mal vor, Sie hätten eine Einschränkung in Ihrer Rechtschreibung oder Sie haben da irgendwie eigentlich eine Behinderung, wovon ja wieder keiner reden will, aber es ist ja nun nach dem Bundesverfassungsgericht wirklich auch anerkannt und Sie sitzen da und oder Sie werden jetzt an die Tafel gerufen, weil Sie da was anschreiben sollen und Sie wissen aber selber, ich kann das nicht oder Sie sollen vorlesen und ja und Sie wissen, alle anderen können den Text viel schneller lesen. Wie fühlen Sie sich denn dann? Und manchmal sagen die Lehrer, ach ja, ich hatte es in dem Moment vergessen, aber ich merke dass dann mein Kind kommt nach Hause, also wir reden viel und deswegen kann ich das rückspiegeln und ich frage auch immer, soll ich das machen oder möchtest du das machen? Inzwischen traut sie sich das auch selber zu machen, aber lange Zeit wollte sie das nicht, aber manchmal wollte sie auch gar nicht, dass ich überhaupt mit denen rede, aber auch das habe ich akzeptiert. Das finde ich so wichtig zu gucken, was möchte mein Kind, was braucht mein Kind, auch dieses, wenn ich jetzt, ich bin dann auch zu Vorträgen gegangen vom Legasthenieverband und habe gesagt, Mensch, guck mal, es gibt ja hier so tolle Tools, die du vielleicht benutzen könntest und dann hat sie aber gesagt, nee Mama, das bringt mir nichts. Also zum Beispiel dieses, dass man sich Dinge anhören könnte, dass ich sage, ich kann ja mit den Lehrern sprechen, wenn da lange Texte sind, vielleicht darfst du dir das anhören und dann sagt sie, das würde mich wahnsinnig machen in der Arbeit, das kann ich nicht. Ja, also dann bin ich lieber langsam im Lesen. Ja, deswegen habe ich aber dann wenigstens jetzt auch gerade in der Oberstufe, also sie hat Deutschleistungskurs, ne? Also, ja, das ist aber auch mit dem, das ist auch ihr Tutor und dem habe ich auch gesagt, wissen Sie, für jemanden, der LRS hat, ist es zum Beispiel auch, wenn sie jetzt so, weil die dann Gedichte hatten und von irgendwelchen, da habe ich gesagt, schon allein, wenn sie das in einer anderen Schrift da haben, so eine alte Schrift, ist für LRS-Leute ganz schwierig, noch schwieriger als das normal zu lesen, auch wenn das so wechselt dazwischendrin. Das sind ja Dinge, die man so gar nicht wissen kann, aber ich habe mich jetzt damit beschäftigt und habe ihm das auch erzählt und da sagt er auch, Mensch, das ist interessant, ja, dass man dann darüber auch, dass man denkt, okay, vielleicht kann ich es anders machen und ich kann den Text ja auch nochmal abtippen. Ist ja eigentlich nicht wichtig, dass das in einer alten Schrift ist. Also auch da einfach im Gespräch bleiben und darauf horchen, was passt in dem Moment jetzt für mein Kind und es kann sich auch verändern. Das finde ich einen ganz schönen Hinweis, dass es einfach, dass man wirklich mit dem eigenen Kind zusammen guckt, ist es gerade die Technik, die wirklich funktioniert, weil es gibt ganz viele unterschiedliche Techniken, die man anwenden kann und nicht jede passt für jede Person, sondern das muss man einfach rausfinden und dann eben auch auf das Kind hören. Wenn du sagst, nein, das Auditive hilft mir nicht, dann nicht. Also schon wichtig. Fällt dir denn so rückblickend eine Person ein, die dich besonders unterstützt hat und dir besonders weitergeholfen hat? Bei mir ist es viel ihre Lerntherapeutin selber gewesen, die also in so viele Richtungen geguckt hat und weil sie dann, also wir haben auch alle Verlängerungen bekommen, die man irgendwie bekommen konnte. Die hat sich da auch sehr engagiert und wenn man dann da so jede Woche ist und wir auch sonst geredet haben, also es war dann schon fast freundschaftlich so dieses über, das ging ja irgendwie doch mehrere Jahre dann, also dass man sich gesehen hat und da habe ich unglaublich viel gelernt, auch dass sie gesagt hat, guck doch mal beim Legasthenieverband und kannst dieses schon mal probieren und jenes probieren und auch ganz tolle Spiele, die sie mir mitgegeben hat, die wir auch hier weitergemacht haben. Also das, das hat mich sehr geprägt und geholfen. Und noch dazu vielleicht auch, dass ich, und das habe ich auch, weiß auch meine Tochter so, dass ich, ein guter Freund von mir, der hat auch LRS, mit dem habe ich studiert und da habe ich dann auch mal gesagt, oh ey, das ist ja manchmal ganz schön katastrophal, was du dir hier so zurechtschreibst. Und dann hat er damals schon immer gesagt, weißt du was, später werde ich irgendwann Manager sein und dann habe ich eine Assistentin und die schreibt das eh für mich, dann interessiert das niemanden mehr. Und das hat auch meine Tochter mitgeprägt, ja, auch wenn, sie hat das manchmal dann auch gemerkt, wie er schreibt, hat sich manchmal selber gesagt, guck mal, da sind ganz viele Rechtschreibfehler drin, sie hat die dann gesehen, aber ja, er ist inzwischen in einer sehr hochrangigen Position, ja. Und das ist auch eine Bestärkung, auch für sie selber. Sie kennt jemanden, der für sie manchmal ja schlechter schreibt als sie selber, der aber, ja, einen super Job hat. Und das hilft jemanden auch zu kennen, wo man weiß, Mensch, der hat es trotzdessen richtig zu was gebracht. Ja, er hat sich nicht einschränken lassen dadurch oder von außen. Häufig erlebe ich, dass von außen eingeschränkt wird, so, naja, das wirst du ja nicht schaffen. Und wenn das nicht kommt und man sich empfalten kann, dann erreicht man ganz viel. Wo steht ihr denn heute? Naja, guck mal, jetzt ist sie zwölfte Klasse, ja, ihr Traum ist es, zumindest momentan, sie möchte Psychologie studieren, ist an sich ein NC-Studium, ja, wo sie auch schon gesagt hat, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Also haben wir gesagt, okay, was haben wir denn sonst für Möglichkeiten, ja, und ob sie jetzt dann im Ausland studieren kann oder so oder wie auch immer wir das hinkriegen, aber wir schauen dann eben, wie das funktioniert, ja, und sie ist an sich auch schon selbstbewusster da geworden. Also habe ich ja erzählt, jetzt manchmal regelt sie das selber, dass ich auch frage, soll ich, willst du? Und dann sagt sie, nee, ich mache das mal selber und wenn ich es nicht, ja, dann kannst du ja nochmal, ne? Also so diese anderen Sachen jetzt hier, da gucken wir, was jetzt vielleicht auch noch ganz spannend ist, denn das, das hatte ich wieder vom Legasthermieverband, die mir gesagt haben, dann wenn es an die Uni geht, und sehr viele Menschen mit LRS studieren ja auch, manchmal wollen die Unis nochmal ein neues, eine neue Diagnose haben. Und jetzt hatten die mir vom Legasthermieverband gesagt, okay, dann brauchen wir eine neue Testung und möglichst noch, da hatten sie mir gesagt, unter 18, ist aber nicht ganz stimmig. Es ist wohl so, dass du in dieser Praxis bis 21 kannst du dich testen lassen. Also nochmal eine neue Diagnose, weil die Unis das frischer haben wollen, nicht aus der dritten Klasse oder so, ja. Aber dann kann das eben auch im Studium noch weiter angewandt werden. Und sie freut sich drauf. Ich sage auch immer, du kannst alles machen, was du willst. Also es liegt wahrscheinlich auch daran, ich mache keinen Druck. Es ist ja auch mit ihr Leben. Wir unterstützen uns hier gegenseitig, sozusagen. Ja, und nee. Also ich meine, wenn man auch mit einer LRS ein Deutsch-LK wählt, traut man sich das ja dann auch einiges, ne? Ist auf alle Fälle Selbstbewusstsein da. Und wenn du jetzt so in die Zukunft blickst, was ist da so deine Einschätzung? Ach, das wird sie ganz gut hinkriegen. Also sie ist mega gestresst, das muss ich sagen. Es stresst sie unglaublich, ne? Also auch gerade mit diesem, dass sie dann sagt, und hoffentlich ziehen die mir im Abitur nicht trotzdem dann noch Punkte ab, ja? Oder bei manchen Lehrern sagt sie, nee, da wahrscheinlich nicht, aber dort vielleicht. Und zählt ja alles. Und was ihr jetzt auch geholfen hat, ist, dass sie seit, ich weiß gar nicht, seit jetzt knapp zwei Jahren oder so, dass sie auch mit dem Tablet arbeitet. Und das vereinfacht es für sie sehr, dass sie nicht mehr alles so selber schreiben muss. Welches Lebensmotto begleitet dich denn oder welche Aussage hilft dir? Also ich habe ja so ein Motto sonst, das bei mir drin steht, das heißt, Veränderung kann schnell und leicht sein. Und ansonsten bin ich einfach grundlegend ein sehr optimistischer Mensch und das verbreite ich auch möglichst in meinem Umfeld. Merkbar. Gibt es irgendwas, was du anderen Eltern gerne mitgeben würdest auf dem Weg? Ja, sich möglichst, also oder für alle den Stress rauszunehmen. Einfach zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal, was kommt und was passt. Und jeder ist so individuell, jedes Kind ist so individuell, wie es gut lernen kann oder nicht gut lernen kann. Ob meine Tochter da jetzt noch irgendwie ein Video nebendran laufen hat beim Lernen oder so, für sie muss das passen und nicht für mich. Und das ist auch dieses auf die Kinder gucken und aufs Bauchgefühl und denen den Raum lassen. Und dann läuft das irgendwie schon. Dann vielen, vielen Dank für unser Gespräch. War sehr schön, dass du da warst. Ich danke dir für die Einladung. Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Sind bei dir vielleicht Fragen entstanden? Hast du Anregungen oder Kritik? Hast du selber was zu erzählen? Melde dich jederzeit unter podcast.mio-lindner.com bei mir oder schick mir eine DM auf Instagram unter mio.lindner. Ich freue mich von dir zu hören. Gern kannst du auch natürlich direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Es ist fantastisch, dass es dich gibt. ae. 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 Bis zum nächsten Mal.